Wir haben hier die Sorte Flamezzo, unsere frühe Doppelnutzungssorte. Als hervorragender Silomais geeignet. Derkegehalte auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite eine sehr gute Restpflanzenverdaulichkeit, dadurch gute Energiedichten in der Silage. Eine gesund abreifende Restpflanze versetzt uns aber auch in die Lage, ihn als Körnermais dreschen zu können. Die Frühreife der Sorte in Verbindung mit ihrer sehr guten Jugendentwicklung macht die Sorte auch interessant für den Anbau im Ökobereich, so dass wir die Sorte dort auch als ökologisch produzierte Saatgut anbieten. Mit der relativ schnell abreifenden Restpflanze eignet sich Famezzo besonders eben dort, wo wir darauf angewiesen sind, den Bestand auch früh und zeitgerecht zu ernten, damit wir eventuell ein Wintergetreide nachsehen können oder wo uns eine späte Ernte Probleme bei der Befahrbarkeit der Böden bereitet. Famezzo als früher Silomais mit der Reifezahl S 210 eignet sich hervorragend für etwas kältere oder auch nassere Standorte im anmoorigen Bereich oder auf schweren tonigen Böden oder aber auch als frühe Silomais-Sorte, insbesondere wenn eine Vorfruchtnutzung erfolgt durch Ackergras oder Grünroggen. Famezzo kann je nach Standort auf den gut wasserführenden Standorten mit 90.000 stehenden Pflanzen gefahren werden. Auf zur Trockenheit neigenden Standorten, sandigen Standorten oder aber auch in der Nutzung als Zweitfruchtmais, wenn eine Vorfruchtnutzung erfolgt ist, ist unsere Empfehlung eine Pflanze pro Quadratmeter weniger, sprich 80.000 stehende Pflanzen auf dem Hektar.